Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dog. Jawohl, wir machen den nächsten Auftrag. Einmal 1200 Meter hier knallen. Und wenn mein Stuhl jetzt auch mal absackt, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Ja, dann krieg ich aber hier so langsam die Pumpehle. Ja, das mag ich ja gar nicht. Die Limousine ist auch cool. Hätte ich auch gern. Ja gut, wenn. So, ab geht's. Oh, das macht Gas. Der wollte eigentlich hier mal richtig Späne machen, ey. Hier passen wir ja wohl mitten durch. Heiß und fettig, aufpassen. Hier kommt Chefkoch. Ja, 40 Sekunden ohne Fehler. Ah, da ziehen wir doch vorher, da ziehen wir vorher. Sag ich ja. Ei, 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 ei. Sag mal hier, die alle Radios sind da anhören. Das Radio scheint tot zu sein. Ja, ja, ja. Metal. Irgendwann nächstes Riesenauftrag. Ey, hier aber 1200 Meter Rasen. Das ist ja echt schon heftig lang. Alles dreht sich hier nur um diese Disco. So, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Was ist denn? Eww! Du sagst ihn! Du sagst ihn! Ja, jetzt! Was ist denn? Was ist denn? Dauwgye, shut up Winston's mother's restaurant tonight. Winsen, du sagst ihn! 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 Winsen! Wir schauzen ihn auf der Wasserfront. Alle die Drogen sind in diesem Ort. Das ist wie er seine Geld macht. Ich will es auf dem Boden zu verhauen. Ich will es auf dem Boden zu verhauen. Siewauw-deein. Siewauw-dein. Das ist die Operatung. Siewauw-dein. Siewauw-dein in der Schraubung. Siewauw-dein. Winsen, Siewauw-dein? Siewauw-dein? Siewauw-dein. Siewauw-dein. Was wird der Herrmann sagen, wenn er seine Wehrhaus fliegt im Meer? Siewauw-dein. Siewauw-dein. Aber es gibt keinen Weg, dass Dauwgye ausweichen. Siewauw-dein. 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 Okay, okay, mach es. Siewauw-dein. Siewauw-dein. Siewauw-dein, Boss. Okay. So langsam wird es interessant, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich steig ins Auto, jawoll. Müssen wir jetzt mal nicht fahren. Oh Mann, ich will doch auch mal nur schla... Hier. Schillen. Gib mir ein Radio. Wir sind eine Kugel. Du bist gut mit der Hand, Shan. Mal sehen, was du ohne Iron zu tun kannst. Schau, warte. Wir müssen nicht in den Schrauben. Es werden auch Arbeitnehmer. Wir brauchen Sue Wild live. Er ist wertvoll. Oh, wir gehen in den Schrauben. Das ist Dauwgye's größtes Geld. Sie werden es nicht geben, ohne eine Kampf. Aber du willst mich oder nicht? Du bist der neue Kugel. Wenn du da bist, find deine eigene Kugel. Und benutze sie. Ich glaube mir. Du solltest du ein bisschen Körper haben, bevor die Nacht vorbei ist. Ich will es sehen, dass du nicht ein Kugel bist. Wie ich bin. Es ist nur ein Test, der wichtig ist. Also willst du mich mit einem Dauwgyeis-Drugdealer zu tun? Okay. Es wäre mein Glück. Na, ab geht's, Leute. Oh, guck mal da. Na, tolle Wurst. Ich glaube, da können wir jetzt nicht anhalten. Okay. Ab geht's, Leute. Action. Oh, du bist fällig. Ich werde euch alle in die Eier boxen hier. Jawoll, du kleiner Homo. Oh. Oh, wie süß. Karate-Kit ist zurück. So. Aufgeräumt, Leute. Achso. Knopf drücken sollte ich auch vielleicht mal. Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Das ist der Karate-Kit hier. Oh, den Dicken haben wir hier gleich. Achso. 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 Den Dicken haben wir auch. Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich ins Feuer werfen. aufgeräumt. Oh, der hat Messer. Ei, 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 ei. Und dann auch, oh, 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 oh. So, haben wir gleich zwei hier. Oh, guck mal, ein Kühlschrank. Hahaha. Da hast du Mittagessen. Geh an der Seite. Geh brennen, Junge. Ja, Niki Lauda. Lebt wieder. Alter, lebt ja nicht. Was ist los? Die Nächsten? Wo? Hey, wer bist du? Ich glaube, ich habe einen. Der Mann wird sterben. Ha, wie kriegen wir ihn, dass wir einen entwaffnen? Mhm. Ist klar, weiter geht's. Aufmachen, ja. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Action. Ich darf nicht so wahllos rumballern. Hey, geh dahinter. Er versteckt sich nicht. Was ist das für eine Tussi? Hallo. Oh, Leute. Oh, Leute. Echt Wahnsinn. Oh, Schnauze jetzt hier. Guck mal, das war hier ein Munition aufheben. Neun Millimeter tauschen. Neun Millimeter tauschen. Ne, will ich nicht. Weiter geht's. Ja, nur neun Millimeter. Hallo, duckt dich. Ey, Leute. Der duckt sich nicht, die Pussy. Was ist das schon wieder für eine Scheiß? Warum gehst du nicht in Deckung? Das ist klar, Aufgaben. Abgeräumt. Ja, so geht's auch, wenn ich ganz ehrlich... Dauerfeuer, Abenteuer. So. Ey, das ist mein Stuhl, Leute. Siwa, du kommst mit mir. Fuck you! Du bist nicht mit mir allein. Stopp! All right, light it up! Oh, come on. Ah! Fuck them chasing me! Lauf, Scheller, dann brenne ich nicht. Fuck! Shit! Hallo, lauf doch weiter, du Pappen-Eimer. Oh, okay. Headshot. Ja, dammit, Junge. Ich geb dir dammit, ey. Scheiße, jetzt haut der Typ schon wieder ab. Mann, fahr, der Bock ist doch schon an. Mann, fahr, der Bock ist doch schon an. Warte, um ihn rauszuspringen. Jawoll! Kalt's Maul, genau. Oh, ich hab gerade ihn abliefern hier. Oh, ich hab gerade auf dem Radar geguckt. Alles klar, wir gehen lieber rein, weil da oben stand, dass die Gefangenen fliegen können. Das ist doch, Leute, es ist erstmalig. Geh vor dem Radar, wir können über die Wärme über Ihre neue Partnerschaft sprechen. Ihr seid gut. Here, ein paar Fragen von mir zu meiner Respekt. Das ist das, und es ist viel mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Wasser sträuer sind. Danke, Boss. Hey, Mann. Look, ich mache nicht so oft. Ja, wenn die wüssten, was ich für ein kleines Arschloch bin. Okay, abgeschlossen. Da sind wir ein Level aufgestiegen. Ja, super geil würde ich sagen. Tab drücken. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Machen sie einen Angriff nach oben, wenn sie niedergeschlagen wurden. Okay. Wir sehen sie die Gegner an und drücken sie Space, um hinter ihnen zu gelangen. Das hört sich nicht schlecht an. Aber ich finde das cool, wenn man aufsteht und gleich Raboms, weil mit dem Anvisieren, das mache ich nicht so oft. So Leute, ich bin der Meinung, wir werden jetzt erstmal ganz gefühlt. Boah, da fährt er uns über. Arrogantes Arschloch, Alter. Raus! So, ich möchte jetzt gerne nach Hause fahren. Ach man. Wo ist unsere Heimat? Ab nach Ruß, Leute. Mit dem LKW, jawohl. Schön geschmeidig nach Hause fahren. Bis jetzt ein absolut geiles Spiel, finde ich. Das dauert nicht. McFly denkt nach. Oh, ne Tausender. Will ich nicht. Och man, warum geht denn das weg? Ich möchte gerne, bitte. Dahin. Dankeschön. Yeah. Jetzt geht's ab hier. Ja. 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 Alter, radiert das Dinge nur, oder was? Yeah. Was? Ja, jawohl. So ging das nochmal. Genau. Man konnte eine Mission machen und dann hebte er die Vorderräder hoch. Auf den Hinterrad. Alles klar, Leute? Steckt die Waffe weg. Ich weiß gar nicht, die hatten wir eigentlich jedes Drogenrazia jetzt schon hochgenommen. Ja, eigentlich schon. Wenn ich mich jetzt rechnen will, dann können wir nochmal ganz kurz gucken. Geh einen Schritt schneller, du. Ja, hatten wir, sonst wird der leuchten. Ja, ich sage auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten bei Sleeping Dog. Das war's erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.